Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mit dem stärksten Build, das ich diesen Patch bisher gespielt habe. Lightgrubert Darksaber mit Vögeln bringt den Gegner auf 0% Genauigkeit. Man kriegt keinen Schaden mehr, man macht selbst so viel Schaden. Krass starkes Build. Viel Spaß mit dem Video und enjoy. Turn 1 Torch. Stream Deck mit nebenbei Backpack Battles ist am Start. Mega nice. So muss das. Wooden Bucklum Sail. Ich bin vielleicht Pfanne. Pfanne plus Hero Sword die Sonne. Internet. Internet hat Probleme gerade gemacht. Böses Internet. Jacky, danke dir für 29 Monate Support mit Prime. Voll lieb, ey. Danke für den Support. Danke schön. Wer ist dein Internet dein Internet oder mein Internet? Heiligen Jacky, danke dir für den Support. Danke für den Prime. Schon 29 Monate halte ich einen Coin. Ja, Stream Deck ist wahrscheinlich richtig, richtig nice. Mein Internet ist jetzt fein wieder. Mein Internet ist gerade fein. Schaufel, ich will mal noch Schaufel machen. Ich will immer noch Schaufel machen. Bei mir ruckelt das aber auch. Vielleicht hat Twitch auch nicht so Lust. Ja. Ich habe mal kurz den Server gewechselt. Vielleicht hilft es. Vielleicht hilft es ja. Vielleicht hilft es ja. Oder es darf auf jeden Fall. Wunderbar klauen wir gerne. Ja, ich habe jetzt auf den Düsseldorf-Server gewechselt. Der Server war Frankfurt. Gibt ja verschiedene Server, auf den man streamen kann. Ich hoffe, der ist jetzt nicht so buggy. Ich hatte es vorhin auch bei einem Streamen ständig eingefroren. Also nicht mal richtig gepuffert oder so. Einfach kurz eingefroren, der Stream lief aber eigentlich weiter. Das war ganz komisch. Frankfurt ist es tatsächlich gerade nicht, Luna, ja. Uh, gewonnen. Let's go. Das war lucky. Oh, Kubat. Kubat ist unser Freund. Kubat ist unser Freund. Griffiths dürfen wir auch nicht liegen lassen. Gar kein schlechter Opener. Ich hoffe, wir finden trotzdem gleich noch einen Pits. Ist gerade nur bei mir. Immer noch? Meins sind Deverin. Nicht, dass Twitch einfach heute generell Probleme hat. Ich habe kurz den Server gewechselt. Es kann sein, dass irgendwie Twitch-Server kaputt sind oder so. Den ganzen Abend schon. Also nicht nur bei mir. Ich habe jetzt mal den Server gewechselt. Vielleicht hilft es. Ich habe jetzt mal kurz den Server gewechselt. Vielleicht hilft es. Ja. Hallig in C-Dios. Hallig in Blind. Auch USA und Kanada streamen. Okay. Ich bin jetzt nur bei einem deutschen Stream. Vorhin habe ich gerade mal den deutschen Server gewechselt. Schauen wir mal. Dann sind es die Twitch-Server wahrscheinlich. Not bad. Bis viel rumgewechselt war. Alles andauernd rumsparkt. Dann liegt es an Twitch. Ich hatte es auch heute auf jeden Fall. Aber nur bei einem Stream. Okay. Danke, Winters. Sehr, sehr nah. Ich habe Potion. Warum nicht? Ich habe ein bisschen Space. Ich habe es auch geändert. Customer Card. Have Potion? Yeah, your name. Nochmal Herbs, nicht unbedingt. Ich brauche einen Pilzin, nun. Puh-puh. so So, Early-Buch brauchen wir nicht. Early-Blueberry ist an sich okay. Aber wir brauchen andere Sachen momentan. Crop the Crystals. Sehr gerne. Aber ich habe nichts Defensives dafür. Ist das vielleicht Darksaber-Runde? Kriege jetzt Light-Saber-Angebote. Ich will lieber Darksaber statt Scythe. Aber ich habe gar nicht so viele Möglichkeiten gerade zu blinden. Ich habe einen Herb, eine Strong-Health-Potion. Habe ich einen Pferde-Freak? So viele Pferde im Chat. Ist das nicht immer Darksaber-Runde? Warum? Ich spiele gerade gerne ohne Darksaber. Ich spiele gerade Deathsive sehr, sehr gerne. Einfach nur Deathsive. Mehr brauchst du gar nicht. Ich weiß nicht, ob das gerade ein Darksaber ist. Kann man machen, aber muss man das? Ehrlich, eine Gaming-Art. Endlich siehst du was. Jetzt wird Spack gerade leider sehr, sehr rum. Ich meine, es bietet sich eigentlich gerade ganz gut an. Der Darksaber ist einfach schon ein lecker Schmecker. Kann man nicht anders sagen. Das ist ein Flöter. Gemüse tauschen für schnelleren Goobard. Nur ohne Gem ist das Darksaber traurig. Du brauchst Mana-Gain, ja. Ich will doppelschaufeln. Ich will doppelschaufeln. Ich hatte auch mal probiert, ob 84p runterstellen, irgendwas von, ähm, hilft, aber ich glaube, das hilft leider nicht. Werde Gott. Expected this. Gehen wir aus der Schaufel jetzt raus. Aber eigentlich ist es noch okay. Kein Preußen-Grupp ist ein bisschen traurig. Mana-Gain hier. Ja, Twitch hat irgendwie heute Probleme scheinbar. Twitch hat heute irgendwie Probleme. Ich hätte gerne Ripsaw-Blade hier sogar statt Schaufel. Dann brauche ich ein bisschen Stamina. Aber Darksaber plus Ripsaw ist voll fein eigentlich. Man könnte natürlich auch doppelt Darksaber gehen. Ripsaw-Blade ist halt Ripsaw-Blade. Ripsaw-Blade oder versuche ich lieber anderen Stuff? Ich glaube, ich muss nicht Ripsaw-Blade hier spielen. Ripsaw-Blade ist schon gut, aber den können auch ohne spielen. Nice Mana-Op. Das ist das, was ich gerne sehen würde. Ich würde die Schaufel wegmachen, dafür Vogelspielen. Das ist das, was ich gerne sehen würde. Cap. Poison-Groop wäre eigentlich auch cool gewesen. Aber wir können auch für Light-Groop vielleicht gehen. Mal schauen. Was mit Cap? Cap wollen wir schon Liebe haben. Kann ich noch hier ansetzen? Genau. Nicht schluckeln. Hm. Also ich denke, das ist nur ein bisschen awkward. Stamina direkt auch noch mit dabei. Das ist das Bild, was ich eigentlich spielen möchte. So stark. So leicht zu spielen und so stark einfach. Poison-Groop-Div. Poison-Groop-Div. Heroic-Poison-Groop-Div. Hm, eine Heroic-Poison ist eigentlich decent. Oh, ich habe den Light-Saber nicht gesehen. Oh mein Gott, Tobi. Den Light-Saber nicht gesehen. Dann dauern wir aber diese Runde. Fuck, was mache ich denn jetzt? Zwei, vier Herbs einmal verkaufen. Vogel verkaufen. Ich muss den Light aber diese Runde machen. Light-Groop-Div. Dann brauche ich den Fly-Aggreg nicht mehr. Vogel weg. Bei Enum-Sale, ne? Alternativ. Customer-Card noch weg. Garlic-Pocket-Sand weg. Healing-Herbs weg. Nein. Das wird noch die Banane daran bekommen. Und das wird noch die Banane daran bekommen. Das wird noch sehr viel wie viel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das muss ja dann hier sein, ne? Krieg ich jetzt noch Strong Potion rein? Das ist schon wieder alles kompliziert hier. Wir lösen jetzt das Problem. Der geht ja mit dem Go-Bad leider. Oh. Lieber Vogel als Spike-Sheet wahrscheinlich. Also kriegen wir eigentlich fast alles rein. Wahrscheinlich müssen wir den Lusen Kauf nehmen. Könnte ich aber ein bisschen Space rollen. Was mit Gin Lamp als Trigger? Zwei Sekunden Trigger auf Gin Lamp ist ziemlich Strong. Kann halt Bahne generieren. Ich bekomme auf einmal so viel Blind hier. Ah, vom Lightsaber. Damn. Der Darksever ist das auch. So. 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 Bisschen Mana-Gain. Handschuhe, damit der Darkseverstand angreift, ist auch ziemlich gut. Mich gerne mit. Hier wäre ich auch sehr, sehr geil. Hier ist noch besser. Weitere Potion oder nicht? Das ist damit ein Problem, wenn wir jetzt nicht unbedingt herzen. Potion ist jetzt nicht das geilste der Welt, aber Potions sind generell ziemlich gut. Wait, wann ist das mit der Cap of Discomfort passiert? Wann habe ich die verkauft aus Versehen? Hey, so Tron, was geht? Wann ist denn das passiert? Hä? Wann habe ich die verkauft? What the fuck? Wann ist denn das passiert? Oh no. Das war nicht geplant. No, no, no. Ich habe das gar nicht realisiert. Am Anfang der Runde. Habe ich bewusst verkauft? Nein, habe ich das gar nicht bewusst verkauft. Oh no, die spielen jetzt alle das Bild. Habe ich es schon zu sehr popularisiert? Oder ist es einfach zu offensichtlich, dass es gut ist? Scheiße. Mit Cap of Discomfort will ich mir jetzt so viel stärker haben. Magic. Scheiße. Ich habe das nicht realisiert. Okay. Das ist ein Kakao. Das ruiniert gerade alles. Die verbleiben. Ist das frech? Ist das frech? Bleibt auch mal der Zerzer gerne. Zweiter Vogel. Glaub ich gar nicht so verkehrt. Ich kann's noch nicht verfahren. Ich kann's verborgen. Ich kann's noch mal sehen. Ich kann's noch mal aus Below. Ich will zu. Ich kann's noch einmal verborgen. Ich kann's noch nicht verarbeiten. Ist das ein zweiter Vogel oder nicht? Ich habe ein zweiter Vogel, ist gut. 20 Regen. Drei Blueberries werde ich Glück generieren. Ich mache jetzt Glück weg. Also, die Idee dahinter ist ja, den Gegner so sehr zu blinden, dass er nicht mehr angreifen kann. Und wenn ich Glück entferne, dann entfernen wir halt auch Genauigkeit. Was will er machen? 29 Blind. 0% Genauigkeit, er kann nichts mehr machen. Ist einfach kampfunfähig. Dann gehe ich schon unfair. Sohn. 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 Oh, so, 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 so... So. Dann haben wir eigentlich ganz gute Activator soweit. Das ist mit Holy Armor. Stamina ist weg. Und Book of Light ist eigentlich auch sehr gut. Gems verkaufen dafür. So, okay. Hey, Blazer, Skitch. Das countert halt Blattform richtig stark eigentlich, nur das Bild. Glück entfernen, Blind Pushing. Weil er so viel Glück generiert, dass vier Blueberries diesmal. Oh, Deathsaphy an wir nicht spielen. Das war ein Sail, aber... Oh, perfekt Sapphire, Baby. That's crazy. Braute ich noch eine Potion. Herrlichen Fabius, ne? Der kann auch für die Box of Fridges verkaufen. Was hat der? Fatigue. Der bringt mein Blind nicht so viel theoretisch. Und wir gehen natürlich gut durch die Rüstung, dank dem Perfekt Sapphire. Oh. Noch ein Vogel. Der wird langsam lustig. Der wird langsam lustig. Ja. Mikustan. Für Light Saber haben wir nicht genug, glaube ich. Light Saber ist auch ziemlich gut vom DPS her, aber... Ich werde nicht Samina Probleme bekommen, wenn ich jetzt Light Saber noch spiele. Ich habe drei Vögel, um den Dark Saber schneller zu machen. Ich spiele nicht Dark Light Saber, weil ich drei Vögel habe, ne? Ich brauche eine Cap eigentlich, Cap auf das Komfort. So viel Cold, so viel Blind ist doch gemein. Ist doch gut. So, noch Cropped Crystal. Leather Armor ist eigentlich auch not bad, damit wir da was reinmachen könnten. Mag ich auch, aber ich habe keinen Space dafür. Also ich mache Spike Shit weg. Herbst brauchen wir nicht, ne? Cap wäre immer noch sehr cool. Noch eine Box mitnehmen. Fanny Pack. Immer gut. War das ein Cap? Da ist ne Cap. Da ist ne Cap. Für Blueberry. Potion schadet nicht. Heiligen Tom Timsen. Was geht? Wunderschön. Bisschen Anti hier noch reinholen. Ist das Bloodthorn? Reaper. Bloodthorn. Reaper. Bloodthorn. Potions. Ich hoffe, die Spikes töten uns nicht. Gucke euch mal den Blind an. Will egal. 30 Blind. Ist das gemein oder ist das gemein? Der hat einfach 0% Genauigkeit. Der kann einfach nicht mehr auf das Spiel spielen. Ist das disgusting. Ich spiele momentan nur den Reaper. Ich habe gestern mehrere Sachen gespielt. Ich finde halt Reaper auf dem Patch besser. Deswegen werde ich gerade ein bisschen mehr Reaper spielen. Aber ich spiele beide Klassen sehr viel. Ich habe glaube ich mehr Ranger gespielt eigentlich als Reaper. Last Turn. Halle ich nötchen, na du? Noch ein Book of Light. Aber kein Space dafür, ne? Ich würde schon sehr gerne spielen eigentlich Book of Light hier. Ja. 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 Da sehe ich mich. Hey Wolfi. Was up? The build you sent me called me to Diamond. Thank you. I saw that, yeah. Congratulations. Was pretty good, ja. Das ist ein gutes Bild, ja. Leicht, leicht und stark. Oha, der spielt das. Longsword Triple Ball. Warum hat er sein Piercing Arrow da hinten? Seht ihr das? Wo ist ein Piercing Arrow hier hinten? Das ist so illegal. 30 Blind, ja. Viel Spaß. 100% Genauigkeit. Kann das Spiel nicht spielen. Das ist aber auch sehr, sehr hartes Bild. Hat das schon mal eine perfekte Runde? Ähm, ja. Natürlich. Häufiger. Das ist schon ein hartes Bild. 30 Blind. 30 mal 5% Genauigkeit reduzieren. 150%. Feels so nice to have a perfect game. Yep. It's a really cool feeling, ja. GG's. Ja, das sind Tiova glaube ich, oder? Bis zum nächsten Mal.